Malzeit ihr Schlawiner. Hier ist wieder Knochen. Weiter geht's mit Gunslingers. Runde 4, 5, 5, glaube ich. 5 oder 6. Irgendwie sowas. So mein Training ist abgeschlossen. Wir haben 20 Munitionskisten, also 20 Kisten Munition verwendet. 3 Punching Bags. Sasa Parilla. Was ist Sasa Parilla? Naja, wie gesagt, alles schon ein bisschen witzig gemacht hier so. Hahaha. So. Ähm, ich würde sagen, wir machen sofort weiter, oder? Brauche ich jetzt noch irgendwas? Nochmal kurz im Markt gucken hier. Workshop. Hm. Auto Generator. Auto Generator. Das Ding brauche ich auf jeden Fall. Okay. Ich habe noch, ähm, 5 Medipacks. Ich kaufe nochmal 2 dazu. Die Granaten kaufe ich auch nochmal so viele. Ich glaube, ich glaube, da waren 8 Stück. Okay, Brottenfighter. Booster. Jetzt hatte ich ja letztens den Booster genommen hier, glaube ich. Ich habe ihn nur noch nicht eingesetzt. Gehen weiter das Rifle. Modified Ammo. Wild Wild Wilds Upgrade Ammo und Incendiary Ammo. Gut, also Modified Ammo. Muss ich dann also nehmen. Tournament und Mission. Ich habe noch nie eine Mission gemacht. Sollte ich vielleicht auch demnächst mal reingucken. So, John. Nehmen einen Medipack dazu. Wir nehmen... Great Ammo. Great Ammo und Incendiary. Modified Ammo. Wo ist die andere Ammo? So. Das war doch die, warte mal, warte mal. Modified Ammo. Die brauche ich. Kinectic Damage. Aha, ach, 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 ach. Okay, die nehme ich erstmal raus. So, nimm dafür die Modified Ammo rein. Nimm eine Granate. Und fang an. Fünf hat er umgenietet. Hab ich gerade gelesen. Da freut er sich. Kann er ja auch. So, komm schnell. Okay, ich sehe die Gegner. Ich bin wohl in mehr oder weniger laufendes Spiel rein. Ich muss irgendwie hinter diesen Wagen hier. Ich will jetzt eigentlich keine Granate verwenden, weil die hier alle noch rumstehen. Alle noch richtig viel leben. Ich will eigentlich Feuerschutz geben. Jetzt weiß ich nicht. Wenn ich eine Granate schmeiße, wo kommt der Kollege die ab? Wo kommt der hier irgendwas ab davon? Ich glaube, das ist das Problematische. Ich will jetzt wirklich nicht irgendeinen hier wegballern. Von unseren Leuten. Aber ich glaube, wenn das Ding jetzt ist fast weg. Oder in der nächsten Runde wird es wohl auch verschwinden. Guck mal schnell. Okay. Ich versuche einfach so nochmal aufzugehen. Zack, 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 zack. Enemy turn, mein Gott. Ich bin noch verhältnistisch. Ui, sicher hier? schnell sein schnell sein schnell sein so habe ich mir den kill gelackt hier so gehört sich das okay ich glaube ich sollte hier aber eine granate schmeißen obwohl der hier, oh he through these scheiße ich kann die granate nicht schmeißen wie geht es um zwei basen das ist neu die karte ist neu für mich ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet welche karte das war trotzdem ist sie neu für mich aber er lebt noch schade jetzt kriege ich auch als ob die zwiebel das heißt die nächste runde ist auf jeden fall das midi pack dran wir sind gegner aber wo sind sie offensichtlich dorthin blöde sehe niemand weil irgendwie keiner aufdeckt und nix ich musste also selbst hier hinlaufen der andere ist aber weg ich kann mich hier noch verstecken versteck dich doch mal blöderweise weil ich darauf geklickt hatte musste ich das erstmal verwenden wurde mich natürlich ich wurde natürlich dann weggeballert hier so ich bin wieder dran versteck mich jetzt hier in der kurserie irgendwie hinzukommen ich habe keine punkte mehr ich will auf jeden fall nicht dass er diese basis bekommt ich meine wir würden eh gewinnen offensichtlich sieht das nämlich so aus ich schätze mal in der nächsten runde hätten wir das eh klar hier ich werde ihn auch nicht mehr killen das glaube ich nicht so aber ich habe ja noch meine wir haben gewohnt ich habe ja noch meine äh super munition wollte ich sagen oh ich habe wieder was anlockt so mein tipp sag ich mal dass ich das langsam benutze ich k explicitly da kann ich jetzt das so nicht mehr verwenden das wird eine granate und meditat machen amt kritisch ich hier spiel information man halt doch mal die fresse hier gott nervt dass das nervt so brutal an diesem spiel und die fresse fickt deine mutter so ihr könnt das nicht sehen aber das super nervig ständig dieses aufblickende fenster die war ich gestern auch schon da stand ich auch noch ganz überall hier hinter wieso er wartet dort jetzt ich muss auf meinem versteck irgendwie wo ist die? ist die tot oder was? da steht die doch noch das ist eigentlich zeit für eine granate aber ich glaube mit der granate werde ich die einfach nicht umgeben doch hey hey hast du hier doch noch bekommen hier glückgefunden sieht sie aus ich hab noch voll Leben ich bin schon wieder da ich kann doch andere heilen aber nicht mit dem midi pack hier weil dazu müssten die näher ran sein ich hab nur einen meter reichweite mit dem ding die kriegen unheimlich viele punkte wir haben nur einen punkt hier guck mal ob ich den jetzt wegkriege denk mal nicht nicht mit am schuss ok er hat den bei combat assist kill assist würde man auch sagen ist halt auch wieder hier auch schon wieder komment assist was kommt das ding hier schon wieder an scheiße man blöd das ist blöd die leute müssen erst ankommen hier aber ich kann nicht vor ich will mich ja nicht einfach wegknallen lassen hier ist ja irgendwie logisch oder? 139 schaden ich hab schon 19 punkte ich glaub das wird hier nix ich hab schon wieder gepfand vor ey joh wir haben kill abgestorbt hier es ist schade dass ich hier noch ne granate habe hier will die pack voyeur ja auch nicht benutzen es sei denn eine würde mal direkt neben mir hier erscheinen und sie haben schon gewonnen ok aber ich breche jetzt erstmal ab weil ich was unlockt habe hier und das will ich auch irgendwo anlegen was fahren das ist eine Jacke oder? T-Shirt ok das Ausweichen und Armorplate ich glaube momentan habe ich so ein Ding an Dodge 3 Health 60 Dodge 4 ja ist doch ganz klar dass ich das nicht nehme oh das hat fast meine ganze Kohle gekusset wie lege ich die Krempel jetzt nochmal Base Laboratory Entestiment ach guck mal man kann seine Skills auch kann ich das upgraden tatsächlich ich könnte das upgraden Digga das ist gut russische Musiker die ganze Zeit diese russische Rockmusiker wahnsinnig ähm aber hier ich hab die ganze Sache mal gar nicht angelegt ich weiß nur noch überziehen alrighty und mein Hemdchen was kommt denn hier hin das wäre wohl Other oder? Entschuldigung was kommt hier rein? ich weiß nicht was hier reinkommen soll oder ist es frei weil da eigentlich gar nichts reinkommt gut wir haben die Sachen angelegt das ist eine Mission ok ich mach mal diese Mission mit denke ich ich weiß nicht ich weiß nicht no idea keine Ahnung was er hier noch machen hmm